Was haben in der Open World? Ein bisschen ballern, vielleicht fliegen, Autos klauen, was man da so macht. Ich hab keine Ahnung, Berti. Wir werden es herausfinden, ihr auch, jetzt bei Saints Row. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer wunderbaren Episode. Berti und Kogi zocken, nämlich Saints Row. Let's go, hast du schon? Das ist gut, wie geht's dir? Ey, ich hab Bock, also wenn's typisch Saints Row ist, jetzt sich gleich ein Dildo schnappen, Leute verprügeln. Sowas. Sowas hab ich erwartet. Was man halt im Alltag so macht, Kogi, was man nicht machen darf. Dann lass uns direkt, die Leute lieben das, in den Charaktereditor reingehen. Wir machen uns einen Charakter. Wir spielen kooperativ. Berti und ich sind gerade in einem neuen Spiel. Mal gucken, wie weit wir kommen, mal gucken, wie viel Spaß wir erzeugen können durch unsere Anwesenheit allein schon. Vielleicht mit dem Spiel. Also lass uns reingehen. Wen sehen wir dann? Mein Bildschirm sehen wir als erstes. Ich will einen richtig hässlichen, Kogi. Du willst einen richtig hässlichen? Ich will einen richtig hässlichen. Nimmst du einen Mann oder eine Frau? Ich würde das Gegenteil nehmen, einfach, damit wir Liebesbeziehungen eingehen. Okay. Wobei, es geht natürlich auch Gleichgeschlecht. Nimmst du einen Mann, ich, Frau? Dann knutschen wir ein bisschen rum. Dann nimmst du eine Frau. Okay. Ja, dann nehme ich aber auch eine Frau, weil ich bin jetzt, wir machen gleichgeschlechtliche Liebe jetzt. Geil, also wie bei uns? Ja, wie bei uns. Wie bei uns. Wie bei uns. Äh, warte, dann... Dann, äh, aber es sind, komm, ich nehm... Nimmst du die blonde oder die dunkelhaarige? Ich nehm die dunkelhaarige. Okay, dann nehm ich die blonde. Okay. Ah, die kann man ja noch ein bisschen anpassen. Ja, ein ganz kleines bisschen. So, komm, ich hab Bock auf, äh, warte mal, worauf hab ich Bock? Ich liebe sowas. Ich hab so richtig hässliche Haare. So, warte mal. Ja, der... Boah, jo, das ist doch... Das ist geil. Guck dir das mal an, Alter. Das ist nice. Das ist schon richtig hässlich. Das Schöne ist, ich liebe... Oh Gott, das... Oh Gott, was ist das denn? Soll ich das nehmen? Das ist geil. Würdest du mich so knutschen? Ey, klar. Hallo? Das ist mega. Okay. Das ist doch voll schön. Oh Gott, aber blond... Warte, bleib ich... Rettis, kommt auf die inneren Werte an. Ne, ich mach's so schön. Ja, ja, so... Mache ich mich auch besonders schön. So violette Highlights, weil wir sind ja Saints. So easy. Klar. Inneren Werte, hast du gehört? Ja, ja. Alter, jo. Ey, Leute, das ist... So. Alter, das tut richtig weh. Alter, geil. Ich hab... Guck mal, meine Augen, ey. Alter. Guck mal, meine Augen. Alter. Ey, Hammer. Ey, Krogi, noch eine wichtige Frage. Ja? Würdest du mit mir rummachen? Also jetzt nicht hier? Du siehst ein bisschen aus wie eine Mische aus... ...Kroo und Trant. Würdest du mit mir rummachen, wenn ich als Frau jetzt hier auch einen Bart hab? Ey, was ist das für eine Frage? Ich hab... Also... Ja, ne? Also, die Leute sollen das jetzt kommentieren, ob ich's machen würde. Die Antwort liegt aber auf der Hand. Ist ja wohl klar. Ja, doch, Stein. Schön so ein Verdi-Bart, ja, Mann. Ja, ja, doch. Und farblich würde ich so auf ein Rotbart, glaub ich, gehen. Ey, ich bin grad völlig begeistert von dem Editor. Alter, oh Gott, das ist so schlimm. Hä? Das ist doch mega schön. Guck mal. Können wir einmal switchen, hin und her, einmal? Ja? Guck dir diese Wannsatz auf. Oh Gott, Alter. Das ist doch ganz geil. So. Ich hab aber geile Zähne dafür. Oh, ich will Tattoos. So schön. Was? Oh Gott, was ist das denn? Das ist ja nur geil. Warte, 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 warte. Körper? Körperbau? Ey, hast du schon mal Leute gesehen, die solche Zähne haben? Gibt's wirklich? Guck mal, bei mir. Es gibt wirklich... Oh. Die gibt's wirklich. Ja, die schleifen sich das so ab. Ja. Ey. Aber warum? Ja, weiß ich auch nicht. Müsste ich mal in die Regie fragen, was ich mach. Ich will richtig breit sein. Ich will richtig breit sein. Fetter Kupfer muss schon sein. Hä? Warte mal, gendergerechte Sprache. Nehme ich dann weiblich? Weil ich weiblich bin? Oder hä? Ich hab... Guck mal, ich hatte... Ich nehme jetzt einfach weiblich. Ich bin verwirrt. Oh Gott, was hast du für ein Kind? Ja. Das ist... Das ist halt mein Problem. Ne. Oh. Was? Was? Es ist alles zurück? Also was? Endung zu... Was? Boah, ich mach auch Gesichtsnamen. Bitte was? Hast du alles auf Default wieder... Nein. Ich hab nur auf Kopfform gedrückt und dachte, ich kann da gucken. Egal, dann nehm ich sie. Aber Kinn muss schon dünn sein. Lauf ich... Schnittwunde im Auge. Ja, weiß ich. Aber doch noch. Du hast schon Bock auf so ein Narbengesicht? Zähne sind dabei. Ja, Wangen noch. Berti, wir... Wir können uns hier richtig austoben. Das gefällt mir. Ja, und ich will so ein richtig schönes Piercing. Oh, ja, Mann. Jetzt gefallen mir nur die Haare nicht. Wo sind denn die Haare? Ach, hier, die gibt's nur alles. So, jetzt Tattoos noch natürlich. Muskel-Ausprägung. Mega muskulös, natürlich. So, na, warte mal. Schön so ein Gesichtstattoo. Wie eine Haut. Ey, wieso kann ich kein Gesichtstattoo machen? Hallo? Okay, ich weiß nicht, warum das geht. Alter, ich bin aus Chrom. Aluminium. Ich bin aus Aluminium. Und hab derbe Adern. Ey, wir machen eine Cyborg-Liebe. Alter, ist das geil. Ey, jetzt mal kurz. Leute, bei YouTube. Einmal kurz. Wie hot ist sie, bitte? Oh Gott. Alter. Ey, ohne Scheiß. Ey, können wir das Let's Play nur im Charakter-Editor? Ja, ey. Ich liebe sowas wirklich. Das dürfen die uns auch nicht geben, so ein Editor. Da bin ich halt die ganze Zeit dabei. So, jetzt noch die Augenbrauen. Ach, Fokuhilo, geht das? Nee, das ist ein ganz normaler Zock. Guck mal, ist das ein Fokuhilo? Naja, ist das ein Fokuhilo? Nee, das ist eine normale Frisur. So, schön breite. Bisschen spitze nach vorne. Schön hoch. Und schön tief, ey. Yo, das ist doch... Alter, ist das geil. Ey, das... Alter. Oh, Zähne kann man auch noch anpassen. Ja. Oh, geh ich auf einen Redneck-Look? Ich hab am Rücken, man sieht's halt nicht, da hab ich ein fettes Löwentattoo. Also nur, falls du dich das fragst. Beine geht nicht bei Aballung, wahrscheinlich. Fokie Zähne. Candycorn. Ja, komm, ich mach den einsamen Zahn. Alter, der einsame Zahn ist richtig geil bei dir. Und der einsame Zahn ist auch im Saints-Look. Findest du, dass ich Ähnlichkeit mit Michael-Renke habe? Ein bisschen? Wann, 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 wann. ich es auch. Aber Bart, wo hast du den gemacht? Wo ging der? Make-up? Ne, warte mal. Geh mal hier auf. Was? Das ist ja nur geil. Ausschlag. Ich hab Aluminium-Ausschlag. Oh, ich will auch richtig falten. Alter, blutige Nase. Ja, klar. Hä, wo hast du das denn so alles? Ja, getackert. Jesus. Joker lächeln. Hä? 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 Ja. Ist noch schön. Ne, da will ich auf jeden Fall eine blutige Nase haben. Oh Gott. Das ist schon richtig gut. Aber schönes Make-up. Eyeliner. Geht alles nicht auf Alu, ne? Ey, ich freu mich gar nicht richtig auf die Katzen. Wenn unsere Leute so random reinkommen. Ich so als normaler Mensch oder du als Cyborg-irgendwas. Ja, ich weiß es auch nicht, aber es gefällt mir. Es gefällt mir einfach. So, Akzentstreifen sind doch gut. Kann ich keinen Eyeliner nehmen. Wings. Keine abgerundeten Wings für mich. Hält das nicht auf Aluminium? Ey, das ist doch die schönste... Kann die Regie einmal kurz rumschalten? Ich finde das die schönste Romanze, die es je gab. Ja, es ist wirklich. Die das machen. Dies Gesicht, dieser Cyborg. Es ist wirklich. Accessoires. Piercings oder was? Farbenglanz. Ich kann keine Mund-Accessoires nehmen. Oh, so. Nase. Ja doch, ich bin ready. Piercing-Dings. Geht nicht. Wo ist mein Piercing-Dings? Das ist mein Piercing? Das ist deine Ding, was? Das ist keine Ding, was? Hallo? Septum. Hier, sowas. Septum-Piercing. Schön rein. Siehst du das? Das hat Style. Nein, pack's rein. Ich finde das richtig geil. Schön durchs Alu. Wirklich. Das will ich aber am Mund auch haben. Monroe-Piercing? Was ist ein Monroe-Piercing? Du bekennst dich da aus. Ach, hier, so einen. Was? War ich denn Piercing? Nein, du weißt, du bist doch, du bekennst dich doch aus in dieser Szene. Oh Gott, ey. Okay. Ich hab Tattoos, aber Piercings stehen noch aus. Ich weiß auch nicht, ob ich so Bock habe. Hier, guck mal, das sind die Details. Siehst du das? Das ist Wangen-Piercing. Da, siehst du das? Da. Dieser kleine Punkt. Auf der Wange. Da. Hallo? Hammer. Letzter Punkt noch. Ich weiß, ich bin jetzt... Nein, nein, nein. Tog dich aus. Aber an der Braue irgendwas Geiles musste noch passieren. Bogen-Piercing. Da. Ja, Mann. Das ist... Siehst du das denn? Oh Gott, das ist so schlimm. Alter, Alu zu Alu. Aus geht's. Ich bin ready. Ich bin ready. Okay, ich geh auch auf fertig. Bist du sicher? Fertig. Bist du sicher, dass du mit der Boss anpassend fertig bist? Es ist die Boss-Transformation, Mann, natürlich. Weiter. Okay, ab geht's. So. Oh Gott. Oh, yes. That's me. Well, glad you came to your senses. Hey, I'm kind of having a party right now, but we'll talk business later. Alright. Jetzt kommst du wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja. So eine Ansage mache ich auch immer an Michael. Ja. Fuck die Redaktion. Alter, wir hätten derbe gefeiert. Yeah. Aber ich reib die Party nicht, ey. Ich auch nicht wirklich. Was ist jetzt so eine Hate-Party? Was geht da? Jetzt kommst du hoch. Alter, wir werden gehackt. Oh shit. Ey, ist mir egal. Hauptsache, ich kann meine Alu-Piercings behalten. Oh, Alter. Das Display vom Handy geht aber lang. Muss man schon sagen. Oh, buried alive. Alter, ich sehe aus wie eine ganze Stimme-Version von Joker, ey. Ich würde mich auch beerdigt lassen. Aber das ist unsere Party jetzt. Das war noch Zeit, ein Kroge, als wir mit Geld einfach rumgeschossen haben. Und jetzt liegen wir da. Guck mal, wir. Unsere Freunde. Ein Auge ist noch rauf. Das ging wirklich flott mit der Beerdigung, ne? Das ging wirklich, das ging zu flott. Und jetzt bin ich gespannt, kommt eine Faust raus, die nach oben sich durchboxt oder nicht? Das wäre krass. Das ist ja einfach nur... Oh, was passiert? Nichts. Hm. Okay. Okay. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ist das was? Ja, ich... Aha. Das war alles das Ende. Mhm. Okay. Und willkommen zur Marschall-Defensindustrie. Wir wissen, es war nicht einfach, hier zu kommen. Deine Reise begann mit einer der unvergänglichen Jobinterviews, die wir können. Aber du hast mehr gemacht, als nur ein paar live-Fahrer-Exercise. Du hast es geliefert. Und in dem tun, hast du dein Marschall-Material. Aber nicht meine Worte für es. Hör es von dem Mann selbst. Hallo, ich bin Atticus Marshall. Ich finde einfach so ein bisschen Starship super. Habe ich auch da angedacht gerade, ja. Und das feiert sie. Ja. Wir machen das Welt ein besserer Plan. So, wie machen wir das? Mit ein bisschen TLC. Technologisch advanced Weapons. Loose Morals. Und eine Kultur von Konflikt. Jetzt gehen wir ein paar Mal durch die Karte. Warum sind Sie das jetzt? Das ist die Orientation Videos. Ich weiß, was es ist. Warum sind Sie jetzt? Ich meine, wir sind jetzt zu beobachten, so ich dachte, es könnte es nicht so schwer zu machen, auf unsere Krankenhäuser-Experte. Wenn Sie nicht auf die Briefinghäuser nicht warten, ich glaube, Sie leben nicht genug für Ihre Kopay zu machen. So, ich sollte die Verkaufung der Lebensverlösung. Ihr wisst, unser Jobinterview hat eine 5% mortality rate. Statistisch, die odds waren low, Ich weiß nicht, dass du stirbst, bevor wir dich hattet, aber ich kann mich selbst sein, dass du ein Optimus bist. Ihre Eltern sollten dich besser behandelt. Deine sollten dich besser behandelt. Alles klar, meine Damen und Herren. Das ist mir egal. Das ist okay. Joke. Grab Power. Boah. Let's go. Let's go, ey. Ich finde es schön, dass wir zwei Gold spielen. Ja. Ich bin ja im Alltag ein Junge. Wir sind Männer. Also, warum soll ich dann jetzt hier auch noch einen Mann spielen? Ist richtig. Aber sind wir jetzt hier auch zusammen? Denke ich doch mal. Ich weiß nicht, ob wir uns sehen können. Wir spielen auf jeden Fall exakt das gleiche gerade. Oh, shit. Alter, was? Krass. Alter, was ist das denn für ein Arbeitstag? Sind wir am Start? Okay. Okay, das macht anscheinend jeder noch für sich. Ja. Okay, bewegen. Ich glaube auch nach dem Tutorial quasi. Geht's ab. So, hä? Wer will hier was? Wer will was? Ist auch so geil. Du musst einfach nicht über Munition nachdenken, du kannst einfach ballern. Ja, Mann. Ja, Mann. So war's. Ist einfach geil. Ey, wie kann ich hier in Deckung gehen? Was war das denn jetzt? Airstrike. Airstrike. Aua, aua. Haben sie gut gemacht. Airstrike ist immer effektiv. Wenn du in einer brenzligen Situation bist, Bär, die immer Airstrike anfordern. Mach ich im Alltag auch. Die regeln das für dich. Mann, Leute, ey. Okay, okay. Guck mal, siehst du den Typen da oben mit der Mütze? Der alte Goldgräber. Sehr gut. Da kommt der mit einem Messer auf mich drauf, Leute. Mit einem Messer. Ist doch nix. Ne, das sind meine, Leute. Restrooms. Neuf. Let's go. Let's go. Geht's hinterher, oder was? Ja, ey. Ja, ich mach ja. Worauf ballert der denn? Ach, da vorne. Ey, ich mach ja drauf. Ey, was ist denn jetzt los? Was spinnt der so um? Drauf, einfach drauf. Stumpf ballern. Einfach weggebehalten. Guck mal, schöner Doppelkill, Headshotkill. So, das wollen die Leute sehen bei YouTube. Weißt du, dann auf dem Kopf. Da gibt's Kommentare drauf. Da erzählen die auch noch mal, weißt du, der Verwandtschaft. Mensch, das war schön. Mit Berti und Krogmann. Wie ist die Headshots geworden? Wie ist die Headshots geworden? Wir haben schön die Headshots gegeben. Siehst du, Kopfschusskill? Seht ihr das? Du kriegst nen Kopfschuss. Du kriegst nen Kopfschuss. Ich hab in Altenheim den Hausmeister gemacht, dass er mich auch nicht um Pflege kümmern musste. Sondern ich musste einfach nur mit den Leuten reden und Essen ausliegen. Hä? Sogar hast du ja das Beste von allem. Ja, es war richtig nice. Ohne Witz. So, Leute. Weißt du, die Leute haben mich dann gefragt morgens. Also nein, ich hab allen ein Hallo gesagt und ein Begrüß. Und da kamen dann irgendwie so ein paar Herren. Dann hab ich mit dem Smalltalk gehalten und haben angefangen zu fragen, wie geht's dir? Ja. Und dann haben die gesagt, ja bis jetzt. Bis jetzt, ganz gut. Jetzt ist okay. Alter, auf dem Wagen drauf oder was? Hä? Warst du das? Du darfst schon in den Wagen rein? Ja, weil ich die Headshots verteile. Das Spiel liebt mich dafür. So. Na, wollt ihr auch noch was? Willst du auch noch ein Headshot? Ja? 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 Was geht denn hier grad ab? Ja, es ist Feindes Country. Und wir sind mittendrin. Ah, der Hubschrauber. Ich baller den ab. Mann, ich baller! Ich baller doch schon wie ein Beklopter. Oh shit. Ja man, I'm alright. I'm turbo alright. Junge, was geht ab? Alter ey. Oh, ich hätt glaub ich noch ne Zweitwaffe gehabt. Egal. Ich hätt das bemerkt. Rechts unten standen noch mehrere Waffensymbole. Hast du die Zweitwaffe benutzt? Äh, ne was haben wir noch? Ja ne Pistole. Ach Krogi, also ich hab ne Pistole. Nein, nein, mit dem Wagen meinte ich. Mit dem Wagen. Ne. Okay. Wirf einen Feind zu Boden, um deine Gesundheit im Kampf wieder herzustellen. Okay. Fantastisch. So, hä? Mit Stress oder was? Hä? Hä? Jetzt ist die Fresse hier. Ja. Hallo, ich möchte ihn noch zugegen... Boden werfen. So, du willst jetzt auch was oder was? Aber das ist doch nicht geklappt. So. Oh, geil. Bäm. Oh. Ah ja. Das ist ne geile Anniation. In, in Schritt getreten und dann Kopfschutz. Hast du das gesehen? Was war die auch geil? Äh, ja, ja, ja. Das war ja fantastico. So, hä? Du willst auch was? Hä? Hä? Wieso kann ich... So, du kriegst einfach ein paar Facekicks. Der kriegt einfach alle. Bam, ey. Komm. Du kriegst einen. Ich will noch mal dieses E drücken. Ey, warte mal. Warte mal, guck ich. Dreh ich mal um. Warte. Wir zocken ja doch zusammen. Ja doch, du verteidst doch... Wir zocken ja doch zusammen. Ja? Ja. Ach, du bist... Der... Der Numel-Typ da. Ja, Mann. Alter, wir sind die Kicker. Das ist ja nur geil. Warum... Warum wirst du nicht da gestellt? So. Ja, Mann, jetzt... Ja, Mann. So. Okay, auf einmal richtig geil. Ich baller noch mal drauf, einfach um dich zu rächen. Ja, okay, dann ist ja alles super. Das ist... Das ist... Gwen. Hello. Do you read me? Ja, komm. Wir können alle auf die Fresse, hä? Du willst was? Nee, ihr lasst jetzt meinen Cyborg liebschaften, Ruhe, ihr Wixer! Ja, ohne Scheiß. Das, was Berti sagt. Nur ich krieg den Cyber-Arsch abends. Das ist trotzdem noch mein Arsch. Ich möchte nicht, dass du so über meinen Arsch, äh... Redest, ja? Aber du scheiß ich nur mit einer Person. Wir sind hier monogam. So. Aber ich möchte schon, dass du weißt, das ist mein Arsch ist. So. So. So, du kriegst Stress. Der ballert da hinten mit seinem Laser. So, ich geh rauf und geb dir an Deckung. Dodgen. Dodgen. Immer dodgen. Da kann er nicht. So, 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 so. Jetzt kannst du vorrücken. Dodgen die Scheiße aus meinem Leben. Der will Stress. Der kriegt auch Stress. Ich will dieses Symbol benutzen dürfen, was da steht. Das hat doch bestimmt was zu bedeuten. Ja. Performance Bonus, was ist das? Habe ich das richtig verstanden? Zack. Hat sie Performance Bonus gesagt, hä? Willst du noch einen Stress? Willst du noch mehr kugeln, hä? Ja, da ist es. Boah, ein geiler Dodge-Roll, alter. Drücke vor und berichte. Alter, das ist gar kein echtes Pferd. Fake. Nein, da auf zur Bank. Wir müssen hier zur Bank. So, und was sollen wir jetzt berichten? Da ist irgendwas zum Aufnehmen. Äh, okay. Zerstöre die Barrikade mit C4. Geil. Das klingt doch mal nach Spaß. Was? Was hast du für ein verrückter Alimentar? Warte, ich will noch mehr so geil werfen. Yeah. Und hier noch einen. Nice. Zack. Und jetzt. Ran. Warte, ich möchte an dir auch noch einen befestigen. An mir? Ja, komm. Warte, ich hol noch neue. An dir mach ich auch noch einen fest. Gib's mir, gib's mir. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Schade. Ach Leute, ey. Das sind doch die Dinge, die im Leben Spaß machen. Boah, das war eine geile Explosion. War mega nice. Ich hab noch mehr mitgenommen. Geil für Gwen zurück. Jo, Einsatzleiterin. Ist Gwen aus dem Forum? Ne, ne? Gib's hin. Auch nicht. Okay, okay, Gwen. Weißt du, was Gwen am liebsten spielt, Kobi? Ne. Gwent. 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 Das ist schön. Und Gwent ist auch ein Erze-Fan, weil die haben Gwendoline, weißt du? Sehr gut. Guck mal, das sieht schön aus. Oh, das ist schön. Warum soll ich denn kriechen, Leute, ey? Ja, weil du sonst stirbst. Sonst stirbst du. Wir sind hier die Macher einfach. Weil ich baller die einfach alle tot. Dann ist kriechen egal, weißt du? Baller mit. Baller die mit tot. So, du kriegst was. Ne, alle redet die auch mit Kräfte. Du hast ein schöner Kopfschuss. So, hä? Du willst auch noch ein bisschen? Ja, Headshot? Alter, springen die einfach in den Tod. Ist mit denen. Soll mal einer runterspringen? Derweil kriegt jetzt wieder. Guck mal hier. Guck mal hier. Ja, Mann! Den Rücken, ja! Ich will auch so einen. Baby, yo! Ich will auch so einen geilen. Zack. Du kriegst einen aus dem Maul. Bam! Ach, jetzt wollt ihr... Jetzt wollt ihr Nahkampf machen, ne? Was glaubst du, wer du bist? Was glaubt ihr, wer er ist? Du kriegst es aus dem Maul. Du kriegst noch ein bisschen. So, und du kriegst noch einen Kick hier. Bam! Guck mal hier. Seht ihr das? Geil. Übertriebene Härte. I love it. Der kriegt jetzt auch wieder... Oh, yo! Oh! Oh, jetzt schön Saloonen Stress machen. Hallo? Hallo, ich will da rein. Ey, nimm den Saloon ein. Dafür müssen wir rein. Hä? Geh ich halt durch eine andere Tür. Ist mir egal. Kann ich gar nicht. Hä? Okay. Ich weiß nicht was. Vielleicht müssen wir die erst töten. Was das sind. Aber die Tür scheint sehr leicht gebaut zu sein. Aber wir kommen nicht rein. Ich geh mal rum. Nee, das ist nix. Das ist nix, Berti. Also... Ja, Mann, kick die auf. Kick die auf. Kick die auf. Das ist gut. Kick die auf. Kick die auf. Ich spreng den Saloon. So. Okay. 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 Vielleicht muss man nicht rein. Okay, wir sind drin. So. Easy. Guck mal, das braucht man nämlich. Da muss nämlich Aluminium-Girl rein. Na Huali. Hammer. Aluminium-Girl ist drin. Du kommst mit mir. Du denkst wirklich, du hast, was es braucht, um mich reinzubringen. Ich meine... Ja? Die Messer sehr tief am Hintern. Hey! Wo gehst du denn? Ich sagte, du kommst mit mir. Ich stehe drauf. Vielleicht sagst du nicht deine Autorität. Ja, sorry Leute, die Sendung ist ja arschlastig, aber... Ist halt so. Kann man nix machen. No, you goddamn don't. Okay, unser Boss. Ei, 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 der macht Stress. Fight. So, hä? Hoch, hoch, hoch. Wir sind Tag Team. Wer die hoch. Guck dir diese schönen... Wann gibt's hier eigentlich mal Granaten, Alter? Ich will jetzt hier mit Granaten. Wann gibt's hier eigentlich mal Granaten, Alter? Wo ist der? Oh, hä? Hä? Willst du Stress? Ja, hier. Bam, ey. Zack. Du hast ihn gemessert und ich hab ihn dabei noch mit Kugeln geklöchert. Megagutes Tag Team. Die Girls kommen. Oh, Frauenpower hier! Ja, Mann. Ich hab richtig Bock auf ne Musikliste mit Power. Was müssen wir machen? Frauen. Beyonce und so. Oh, jetzt gibt's ein Jet. Junge, der macht aber einen richtigen... Einen richtigen Jet-Move. Ziemlich krass. Er ist wirklich gerade auf ein Jet gesprungen, ne? Ich will, ne? Der kann's... Jetzt fliegt er. Er hat einfach unseren Flieger geklaut. Die Frage ist auch, warum war unser Pilot so weit unten? Keine Ahnung, aber... Er hat einfach... Also... Ich glaub, ich würd sagen, ein guter Mann. Der wirft jetzt einfach so? Alter, geil. Okay, das ist ja einfach nur Killer alles. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, das ist es. Das brauchen wir aber einfach. Okay, Leute, falls ihr euch fragt, was ihr grad seht. Ihr seht den Anfang von Saints Row. Berti und ich spielen kooperativ. Und ihr geht's grad schon richtig ab. Ja. Oh, ja, Baby. Gwen, we've got a problem. Hang on! The cavalry is coming! Oh, shit! Ach so, Berti spielt übrigens mit Gamepad. Und ich mit Maus und Tastatur. Vielleicht auch noch ne interessante Info. Ich bin immer Typ Kontrolletti. Kontrolletti, volle Kontrolletti. Alter, was geht hier ab? War der eigentlich so dumm, dass er wirklich bei der ersten Felsvorsprung, dass er da hängen geblieben ist? Ja. Weil ja das Seil dran ist. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Was geht jetzt? Wir sind einfach sehr gut. Okay. Alter, was geht? Wir beide sind drauf. Wir beide sind drauf. Hammer. Alter, was geht hier ab? Junge. Rauch. Okay, kooperativ. Einfach nur Feierei. Einfach nur Feierbar. Rein, rein. Oh, geil. Weiß ist die ganze Brücke im Eimer. Das finde ich gut. Ey geil, warum muss ich nicht mal nachladen hier? Oh ja, perfekt. Okay, das ist ja perfekt. So schnell kannst du gehen. Das ist einfach nur Hammer. Das sieht so witzig aus. Alter, ist das geil. Die haben natürlich auch so brutale Faceplates auf. Aber die stehen hier direkt vor den explosiven Kisten. Was ist los? Die haben mir die dummerweise überall hingestellt. So, du kriegst ein bisschen was. Oh. Ey, das Leben ist unschön, wenn du dich nachladen musst. Das ist wirklich Hammer. Oh, was ein Splatter hat. Oh, zwei Splatter. Drei Kopfschuss-Kills. Alter. Jetzt kommen direkt neue Zuschauer hier rein. So, mehr, mehr, mehr Explosionen. Das spricht sich einfach schnell rum, was man hier sieht. Wie die halt wirklich überall rote Fässer platzieren. Ja, das ist Hammer. Ich baller nur noch auf Fässer. Ich hätte auch ganz Bock, ich hätte auch ganz Bock. Aber wir hängen da halt die ganze Zeit, ne? Ja. Und der denkt sich halt, ich komm nicht weg. Ich komm hier nicht weg. Ich frag mich wirklich, was das in der Mission ist. Was macht der da? Na, wo war ich? Bam, bam, bam. Ne, aber wir haben noch den Superkick. Was? Guck mal, die Waffe liegt da noch. Alter. Oh, Baby. Selbst geopfert. Ist das eigentlich der Grand Canyon? Nein. Okay. Das ist Future Grand Canyon. Diese ganze Schose, nur um da wieder zu landen, wo es so schadet ist, Alter. Das ist herrlich. Das ist herrlich. Denn Verbrechen zahlt sich nie aus, Berti. Das ist schon. Junge, jetzt ein Sniper Schuss kommen. Bei meinem Model habt ihr jetzt genau gesehen, das Nasenblut hat super gepasst gerade. Ne? Mhm. Sah super aus. So und jetzt, was passiert jetzt? Wir haben den ersten verfickten Tag abgeschlossen, Krugel. Ja, das war aber wirklich ein heftiger Tag. Ja. Oh, jetzt erst mal duschen. Erst mal... Oh Gott, wie schlut das? Oh Gott. Hä? Oh, wir können es anziehen? Outfit? Ja, geil. Oh, jetzt geht es nochmal los. Jetzt geht es richtig ab. Boah, ja, man. So eine geile Gangster-Kette. Hey, Baseball-Cap ist Firmenbedingung bei Rocket Beans. Ja. Es kann nichts anderes geben. Das ist unsere Arbeitsteilung. Cappy für alle. Grün hinten ist ja geil. Schön schwarz, ja, man. Ja. Obergesichtshälfte. Oh, nee, keine Brille, ey. Doch, klar. Das ist doch Hammer. Hey, doch, 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 doch. So muss man aussehen. Anorak. Das ist schon geil. Oberkörper, was gibt es? Ketten habe ich noch nicht. Ja, ich nehme so eine... Unterwäsche. Alter, ich kann mir die Unterwäsche auswählen. Ich gehe all black, glaube ich. Ich will mir frei halten, dass wir vielleicht Raven gehen. Das ist gut. Hier steht, wenn du ohne Unterwäsche spielen möchtest, ändere bitte die Verhüllungseinstellung im Körpermenü. Hä? Du bist doch komplett Alu. Ja. Was soll man da noch durchsehen? Ja, ich weiß es nicht, aber da hat man Sorge. Schönes Hemd. Unterkörper. Friendly Fire. Hä? Ne, warte mal. Ja, Unterteile. So eine schöne... Hier. Das ist der Alu-Style, den wir brauchen. Das ist Alu-Girl. Jogginghose... Hä? Ist doch mega hot. Jogginghose, schön in so Knallfarben. Ja, Mann. Ja, ja, ja. Alter, guck dir diesen geilen Swag an. Die Akzentfarbe muss knallen. Ja, schön so im grünen, ey. Das... Warte, ich brauche das gleiche drin wie oben. Sonst ist kein Swag. Das Swag... Das hat schon Swag, ey. Zieh ich ne Hose an? Oh, Katz. Ich bin eigentlich kein Freund von Hosen, sag ich dir ganz ehrlich. Ne, dann mach doch ohne. Aber... Ja, geht nicht. Also, weil Alu ist ja schon genug. Ja... Schön die... Wobei, so ne slim for jeans. So ne schöne slim for jeans. Da sagt man nicht nein. Ne. Das sieht ein bisschen aus wie Flavor Flav. Public Enemy. Guck mal. So, das in grün. Safe Socken. Ohne Socken geht man nicht raus. Die auch in grün. Hohe Socken. Hohe Socken. Immer hohe Socken. Auch in grün. Boah, Alter, hast doch übelste Styler. Ja, du hast echt ne richtige Styler-Frau. Ey. Also Leute, ich geh so auch jedes Wochenende aufm Rave. Aber guck, guck dir... Aber Alu-Girl will auch ganz hart dabei sein, ey. Ohne Witz. Warte, was gibt's denn noch? Ganzkörper? Aber so Cowboy-Stiefel. Ey, ey, ey. Ich will doch keinen Marshall auswärts machen. Ja, das ist geil. Das ist geil. Kann ich das noch in ne anderen Farbe kriegen, bitte? Ja, Mann. So richtig. Ich glaub, ich hab's. Ja, Mann. Das ist einfach nur Realness. Boah, guck dir das an, ey. Guck dir das an, wie sexy die ist. Vor allem, uns verbindet das Grün. Das ist schön. Das ist richtig sexy. Du hast da so ne gemeinsame Komponente gekriegt. Ja. Schwarz, grün, die grünen Cowboy-Stiefel. Ja, ist einfach... Wir sind einfach ein richtiges Pair. Ja, ey. Die sollen auf der Straße wissen. Krogis Arsch gehört mir. Ja, wirklich. Aber ist mein Arsch, immer noch. Wollt's nur sagen. Jetzt geht's weiter. Das sieht so geil aus. Mit dem Nasenbluten! Hau mal! Geil, Alter. Nichts! Das ist auch wie bei Renke. Das ist auch wie dein Performance-Bonus. Ich fühl, ich fühl dir die Rolle. Aber sie hat bessere Zähne als ich. Buh. Alter, okay. Hey, wir haben doch einen geilen Job geleistet. Was soll der Scheiß? Wirklich, wir waren richtig Hammer. Ach, ey. Jeden willst du recht machen, aber du kriegst nur auf den Tag. Ja, aber wir waren nice. Style App. Passe deinen Lugend-Sack. Du wirst viel davon an. Okay. Nebengeschäfte sind Jobs, die du für kriminelle Schmuggler und zwielichtige Geschäftsritte erledigen kannst. Okay. Let's go, Leute. Let's go. Nutze die Fähigkeiten-App, um Controller und Keyword-Tasten mit Kampffähigkeiten zu belegen. Ja, okay. Äh, im Kampf, ohne einen Niederwurf, nicht direkt ein. Wecken ausfüllen, okay. Brauchst du mehr Hemmschuhe, Dornenballen, ja, ja. Oh, jetzt sind wir zusammen, Kroli. Ja, Mann. Oh, jetzt sind wir. Oh, geil. Jetzt können wir schön zusammenfahren. Kannst du auch... Ey, halt mal die Fresse ja hier. Halt du mal die Fresse. Kann ich nicht... Nur haben wir jetzt direkt die erste Beziehungskrise. Kann man echt nicht normal aufs Maul gehen? Doch. Oh, hier, hä? Das schrestest du, hä? Wir müssen uns einfach nicht treffen. Dann lass uns mal einfach jemanden erstmal aufs Maul hauen. Ey, müssen wir diese Scheißkarre nehmen? Wieso können wir nicht dieses geile Militärfahrzeug nehmen? Kann wir nicht irgendjemanden erstmal aufs Maul hauen? Wohnt hier niemand? Hier wohnt niemand. Ja, das können wir anscheinend nicht nehmen. Ja, okay. Dann kriegen wir diese Scheißkarre. Aua. So, komm rum. Ich fahr uns jetzt. 2400 Meter müssen wir fahren. Na gut. Boah, ich kann geil driften, oder was? Yeah. Ja, komm, wie kann ich hier rausballern? Siehst du das? Guck mal, das sieht so hammer aus. Die Hand, wie die hier rauskommt. Siehst du ja? So, wir genießen jetzt hier die Landschaft. Ich baller. Ich hab keine Monitor mehr. Nein, Kröger. Rausgestiegen. So, komm ran. Warte kurz. Sag mal. Wir müssen in dem Auto noch rumkommen. Ja. Dann lass mich doch rein jetzt. Jetzt kann ich nicht mal einsteigen, oder? Hä? Wieso nicht? Weiß ich das? Eigentlich nicht. Hä? Warte mal. Ich kann jetzt nicht einsteigen. Falsche Taste, oder? Ich fahr einfach hin mit. So, okay, fahr. Geht das? Ja, klar. Gott, jetzt darf ich keinen Unfall bauen, ey. Ich schieß hier hinten rein, ja? Ja, perfekt. Genau das, was man auf so einer langen Autoplatte braucht. Das Auto hat schon einen Balken verloren. Love it. Ey, dass wir... Wir haben so einen harten Job, Krugi. Ja, ich hab keinen Platz. Wenn wir belohnt werden, ist so eine Dreckskarre, oder was? In unserer Beziehung hab ich keinen Platz im Auto. Das ist schlimm. Heya, it's Kev. I'm picking up a slamming, congratulatory brunch for when you get home to summer for the first day on the job. It's gonna be dope. It's gonna be dope. Geil. Mmm, wir sehen uns auf der Idols-Party. Boah, ey, wie geil ich hier driften kann. Okay, das ist ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ich versuche mal... Ich baller alle Menschen an, aber es ist allen scheißegal. Ey, was ist das so eine Welt, ey? Wie so ein Tier, guck mal. Was? Der Stein sieht aus wie so ein Tier hier. Wie so ein Säbelzahntiger, ne? Schächte, lass den drauf. Kann mal gucken, warum, gell? So, immer driften. Ich zeig den Stein immer noch. Ne, guck mal, wie geil der ist. Ja, guck mal, guck mal. Ich baller alle ins Maul. Oh shit. Jetzt siehst du den Stein auch? Ja, komm mal hier. Ja, der Säbelzahnstein. Ja, so viel mach ich auch zu Hause. Nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommen. Bisschen schon. Ein riesiger Stein, der aussieht wie ein Säbelzahntiger. Das ist halt mein Stein. Da fühle ich mich richtig zu Hause. Ja. Kann ich... Wer braucht schon den Hamburger Fernsehturm oder so einen Scheiß? So. So nämlich. Hamburger Hafen. Metti, ich mag, dass du immer noch eine Stufe drauflegst. Das gefällt mir. Ja, ist egal. Wir brauchen schon den Hamburger Hafen. Ne, du brauchst einfach einen Stein. Der aussieht wie ein Säbelzahntiger. Das will ich... Aber ich glaube, der ist auch so präpariert. Aber das raffen die Leute ja nicht. Ich bin runtergefallen. Aber ist egal. Ich bin so fast da. Geil. Bin ein bisschen wütend jetzt, aber... Mein Pickup ist immer Platz für dich. Warte, ich hau... Gehe das Auto einmal kurz. Warte. Oh ja, erst mal. Boah, Alter, du bist ja... Werti, da... Der... Alter, du bist ja richtig Gangster. Oh, Jürgen. Ja, warte, steig du ins Auto. Ich fahr nochmal drüber, um sicher zu gehen. Bam. Bam. Das ist für dich. Sau. Bam. Wie gefällt dir das? Ich find das geil. Ich find das auch geil. So. Okay, jetzt steigen wir. ins Auto. Ich fahr nochmal drüber, nur um sicher zu gehen. So. Der macht garantiert keinen Stress mehr. Warte kurz, wo ist der Tankdeckel? Wo ist der Tankdeckel sein, Betty? Alter, Krogi, du machst uns hier keine Freunde. Ich muss mein Handy klingeln. Ey, komm, er holt die Quiche aus dem Ofen. Das ist ein Krogi als Shaker. Ja, warte, ich... Ich komme sofort. Ich muss einmal kurz gucken, was jetzt passiert. Oh, es brennt. Okay. Ich sag mich, wir sind tot. Nein, die Quiche ist fertig. Die Quiche ist fertig. Das ist Zeitung. Boah, jetzt hab ich Hunger. Kevin. Alter, er hat Waffeln als Tattoo. Ist ja der beste Mensch. Mit Milch, ey, die Milchflö- Er liebt Waffeln. Ich liebe ihn. 20 Minuten, ey. Eli, Eli, Nina, Kevin. Und da kommen wir. Let's go, Baby. Ich finde es schade, dass wir nicht immer gemeinsam sind. Ja, das finde ich auch. Wir müssen uns immer denken, dass wir gemeinsam da sind. Ja. Hi, ich bin nur Alugrall. Alter, du mit deinen Elfenohren zum Alu-Look. Das sieht echt Hammer aus in der Katzin. Ist echt geil. Oh Gott. Mund-Nasen-Bluten hab ich. Meins sieht auch so dumm aus. Wo haben wir denn geschludert, Alter? Wir haben gar nicht geschludert. Null. Wir haben wirklich null geschludert. Null. Nee. Ey, die fragen, ob die noch genug Geld für Miete zusammenkriegen. Diese Stadt ist einfach nur hässlich. Wir haben einen Job, wo wir uns jeden Tag unser Leben aufs Spiel setzen und dann müssen man sich ja echt Sorgen um die Miete machen. Dafür machen wir nicht mal in den Oberteil, ne? Also. Das reicht nicht mal für ein T-Shirt. Wirklich. Ey, guck dir, das liegt am Säbelzahn, Tigerstein. Das treibt die Mieten in die Höhe. Das ist diese Scheiß-Gentrifizierung, von der alle reden. Ich will wirklich wissen, was da abgeht. Ohne Witz, im Säbelzahn, Tigerstein. Ich war so, dass ich zu viel Pfeffer addiere. Mm-mm. Mm-mm. No, seriously, das ist perfekt. The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. Dinner and a show, baby. Oh. Oh, es gibt sogar eine Katze. Das war richtig geil. Im Sinne von Cringe. Geil. Es ist pur Cringe. Love it. So, da kann man... Okay, okay. So, ich mach jetzt mal ein bisschen Chaos hier zu Hause. Sprich mit Nina. Wo ist Nina? Hier draußen. Yeah, ich bin ein cooler Typ. Draußen ist die schon. Ich geh nicht. Kann ich hier wieder läuten? Auf die... So, hier. Alter, was geht bei mir ab? Ich zieh grad mit meiner Waffe auf sie. Seht ihr das? Ach, scheiße. Seht ihr mein Bild? Hast du das gesehen gerade? Was geht ab? Ich hab mit dir gesprochen. Was geht ab? Irgendwas ist hier richtig schlimm. Alle haben Waffen ausgepackt. Was geht dir ab? Ey, wir müssen ein Auto stehlen. Easy. Nicht besser als das. Alle packen die Waffen aus, wenn ich trete. Das ist ja geil. So. Ey, räum mal mit die Tische ab hier. Was? So. Komm her. Das ist unser Auto hier? Ne, hier, hier. Ich bin schon drin. Ja, oder? Ja, komm, wir fahren zwei Autos. Ja, Mann. Besser ein bisschen Rampage. Sack, ey. So, jetzt müssen wir die Express-Kreditbank überfallen. Wie viele Leute hast du schon umgefahren? Einen. Einen, ich auch nur einen. Ja, das ist aber auch nicht so eine bevölkerte Stadt, muss man sagen. Ich hoffe aber noch mal mehr, muss ich dir ganz sagen. So, ja. Das waren nochmal zwei mehr. Gibt es überhaupt eine Polizei? Bestimmt. Ich hatte eine Airtime. Boah, den könnte ich da umfahren jetzt. Ja. Ja. Guck, was machst du denn? Ja, ich muss auch mal hier ein bisschen ausrasten. Ich komme zu dir. Sehe ich mal, wo du bist? Ne, ich komme nicht. Be your own boss. Be your own boss. Das ist... So ist es... Hast du das? Ne. Alter. Wie das abgeht. Bar, Gangs. Alter, du hast ja jetzt schon Gang-Mitglieder. Wo bist... Hier, das ist die Polizei. Scheiße, die Bullen sind hier. Alter, was geht? Super viel Airtime. Junge, hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter, was machst du? Ja, wo bist du? Ich bin noch an der Stelle, wo es abgeht gerade. Bob! Der ist einfach weggeflogen. Berti, guck dir das an. Komm bitte her, ihr geht die Action. Ja, hier, ich bin am Start. Junge, es ist ja nur geil. Es ist ja nur Hammer. Hä, wie steigen sie aus? Ich kann nicht aussteigen. Warum fliegen die denn so geil-Dulli-mäßig? Ich glaube, wir müssen zum Ort, sonst kann ich nicht aussteigen. Ja, ich kann auch nicht aussteigen, aber ist doch egal. Und dass es so weitergeht, ist doch noch Hammer. Hä? Die fahren sich selber um. Berti, es geht hier einfach gerade einfach ums Prinzip. So. Weißt du? Dafür sind doch solche Spiele gemacht. Was ist denn mit der Polizei? Oh! Ach, Mann, du bist sogar am Schießen. Hä? Ja, ich hab... Ja, aus dem Auto raus einfach. Nice racket. Ah! Nee, ich kriege auch noch ein bisschen mehr. Oh, jo! Das ist ja wohl nur krass, was hier abgeht. Alter, ich hab ja schon drei Fahndungsdinger. Ich krieg mehr Munition dazu, wenn ich die umbringe. Das ist Hammer. Hauptsache, wir wollen eine Bank überfallen. Wo man eigentlich Play-Lo spielen soll da am Anfang, aber... Nein, nein, wir fahren da ganz anders hin. Oh, geil, mein Auto ist sogar so ein bisschen blut. Ey, was geht ab? In solchen Spielen, so Open-World-Titel, da muss man sowas als erstes mal machen. Da muss man erst mal ein bisschen Fun haben. Damit man auch weiß, wie sieht das aus, das Ganze. Du einfach immer noch da hängst, das ist so geil. Okay, ich komm jetzt zu dir. Ab zur Bank. Ab zur Bank. Wir wollen noch ein bisschen reich werden jetzt hier. So. Ich parke jetzt einfach falsch. Auf dem Behindertenparkplatz. Hast du schon geparkt? Ja. Okay. So. Sorry für die Unterbrechung, aber Berti ist Wanderl. Ich find's gut. Ich find's gut. Be your own boss. That's right. Be your own boss. Nasenbluten Aluminium-Girl. One of these days I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. McGillicuddy? You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of... Das hört so geil. I'm not gonna be one. Hammer. You got one of those, man? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend in the car. Bei dem Bluten ist Aluminium selber sauber. Das macht sie aber nur, um darzustellen, sie ist ein Mensch, was halt Quatsch ist. Ne? Weißt du? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen eine Bank überfallen. Alter, wir sind... Boah, wir haben ja eine dicke Entourage hier. Wirklich. Wir fallen überhaupt nicht auf. Alter, Badass, hey? Okay. Mhm. Uff. Der hat ja auch ein Waffeltattoo, Alter. Ja, ja, das sag ich ja. Der ist einfach Hammer. Ich liebe ihn. Der liebt Waffeln so sehr wie ich anscheinend. Natürlich drei Waffeltattoos, ist ja klar. Das wäre geil. Das wäre geil. Das wäre geil. Mhm. Wirklich? Der Code bestand nur aus Fünften? Habe ich das nicht verstanden? So, Kro, geh an die Verkehrsregel jetzt halt. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das will keiner sehen. Nein, nein. Ihr auch nicht. Kleine Schlingel. Ah, Autowechsel. Alter, geil. Ja, Mann. Wieso haben wir jetzt neue Karren dabei, gell? Guck mal, der Kaktus trainiert. Das finde ich gut. Let's go, Alter. Let's go. Hm. Ja. Ich bin gespannt. Nee, doch die alte Kaktus. Nee, jetzt haben wir doch zu Schrott, Karren. Kram, ein gegnerisches Fahrzeug, salz dich. Das ist unsere Mission jetzt. Das müsst ihr mir nicht heimersagen. Yeah. Weg mit euch, Bullen. Alter, wie dir das abgeht hier überall. Die fahren so gas, gaskrank hier. Wahnsinn. Ist geil, wie die Bullen einfach kommt, da dann mehr vorbeigefahren sind. Ich finde es geil, wie du die ganze Zeit Bullen sagst. So eine Herde. Gefällt mir. Diese Drecksbullen. Ich wünsche an dieser Stelle die Polizei Hannover. Ihr seid korrekt. Moin, Jungs. Was geht ab? Wer ballert denn da? Ich. Das ist so eine Sprungstand, oder? Warte mal, ich muss das ausdrehen. Oh, yo. Was ist das denn mit dem Ram? Geil. Wie machst du das? Einfach Ram, oder was? Ja, ich muss, ja, hier, also ich muss bei mir um Controller X drücken. Oh. Das war gar kein... Das Ram hat es direkt... What the fuck? Was passiert? Ich habe das Autogramm, das ist einfach instant explodiert. Ich freue mich für dich. Das hört sich gut an. Nina, where are you at? Just change cars and head it home. Boah, es macht extrem Spaß. Ich finde es schön, was hier alles kaputt geht. Das gefällt mir. Ach Leute, weniger am Telefon labern, mehr ballern, ey. Mehr Unfälle. Mehr Unfälle bauen. Weniger telefonieren, mehr Unfälle. Oh hier, schön. Aua, mein Fahrzeug ist auf dem Kopf und brennt. Hallo. Warten auf Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe von dir. Freund am Boot. Hä? Ja. Was, du bist einfach mit... Ja, ich brauche... Alle sind traurig, alle sind traurig. Jetzt liegt er. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her, du hast... Ja, äh... Schön treten erst mal. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Das ist ein Dank. Ach komm, ich will eine andere Karre. Das ist mir zu dir. Nee, mich die. Raus mit dir. So. Hallo. Warte, ich stoppe ihn für dich. Was soll der Scheiß? Ich stoppe die Karre für dich. Ich stoppe die... Was, was? Was ist da passiert? Ich stoppe die Karre für dich. Was ist denn hier los? Ich stoppe die Karre für dich. Ich stoppe die Karre. Jesus! Die Karre fliegt immer weiter. Das ist ja... Alter! Was geht? No, nee, ich will jetzt auch einfach einen Truck. Ach so, der Hydrant. Wirklich? Ey, krass. Fahr mal über den Hydrant. Schau mal. Ey, wieso? Schaut mal. Der Hydrant war's. Ah, geil. Warte, ich mach's jetzt auch. Mit dem Truck. Ja, komm her, komm her. Komm her. Der am hösten fliegt. Ey! Ey! Geil! Alter, das macht ja übel Spaß. Das ist... Ey! Okay, warte, warte. Du musst... Du fahr mal, fahr mal. Ich fahr unter dir durch. Ich fahr unter dir durch, wenn du drüber fährst. Okay. Okay, warte. Okay. Let's go. Let's go then. Oh, oh! Was? Du bist... Wie? Was passiert? Wieso ist denn bei dir der Auftrag gestaltet? Ich weiß nicht. Hä? Machen wir einen Checkpoint? Zu viel Spaß anscheinend. Anscheinend zu viel Spaß. Oh Leute, was soll denn das hier? Sind wir zusammen? Nee, ne? Äh, fahr mal zu mir. Warte, ich mach mal Koop. Äh, mit einem Freund spielen. Doch, ich glaub, wir müssen eigentlich noch verbunden sein. Nee, ich glaub nicht. Hä? Nee, nee. Freund einladen. Ja, weiter. Hä? Ja, das stand bei mir. Okay. Ich bin nur verloren. Freund einladen. Ich lad dich ein. Ja. So, jetzt aber. Hm. Kommt da was? Nee. Oh, wirklich? Mach mal, mach mal. Bin ich denn noch im Spiel? Ja, bin ich. Ja, Leute, wir stellen das bei ihm kurz ein, dass das hier klappt. Weil Koop ist eigentlich die ganze Zeit möglich. Sonst musst du mich einladen, bitte. Falls das geht. Hä? Wieso kann ich denn nicht Koop-Kampagne mit einem Freund spielen? Kugelmeister im Spiel. Yo. Ah, warte jetzt. Steigt ein Spiel ein. Akzeptieren. Ja, sehr gut. Der Host ist gerade beschäftigt. Nein. Vielleicht musst du jetzt zu dem Ding fahren. Hier steht, steigt ein Spiel ein. Ich fahr da jetzt hin. Hier steht, steigt ein Spiel ein. Du bist halt beschäftigt. Du musst halt... Ja, ich fahr da jetzt hin. Dann wird es bestimmt leicht gehen. Okay. Du bist halt beschäftigt. Das sind nur 500 Meter. Das ist ja kein Problem. 90%. Good God. The man is either a monster or a capitalistic choice. Knapp verfehlt zwei Autos. Das sind auch Punkte. Knapp verfehlt die Punkte. Hier, knapp verfehlt schon wieder. Ein Auto. Ah, da hinten. Kann ich hier mitten durchfahren, Berdy? Klar. Nein. Hier, rein jetzt. Levelaufstieg. Darf ich jetzt ein Levelaufstieg? Ja, weil es geil war. Neue Stufe, neue Fähigkeit. Tab, Fähigkeiten-App. Okay, das machen wir. Halte zur Aktivierung der Fähigkeit mit der Maus ausgedrückt und drücke dann die zugewiesene Taste. Jo. Okay. Für eine Fähigkeit möchtest du einen ganzen Flow-Diamanten. Das ist der in der Mitte. Den hab ich eben gefragt. Okay. Einen Flow-Diamanten. Ah. Also Tab, Fähigkeiten. Boah, geil. Ich will auch sonst mal. Ananas-Express. Schnapp dir einen Gegner, steck ihm eine Granate in die Hose und wirf ihn. Okay, ich will das. Hallo? Ja doch, komm. Häh? Ich will das. Ja, klar. Okay, ja. Dann haben wir das doch, oder? Ja. Mehr geht's noch nicht. Okay. Ja. Und jetzt gehe ich dahin. Ab ins Wechselaufen. Wackelbeet steigt ein. Wackelbeet steigt ein. Aber wann? Wann steigst du ein, Betty? Das ist eine gute Frage. Oh, du musst die Panteros töten. Oh, ja. Kommt ich da an, Ananas-Express? Ich, nee. Weiß nicht, aber trotzdem ist der Fett gestorben. Nee, egal. Das ist so geil, wie du dir einfach aus dem Auge gehst. Das ist er. Oh. Oh. Mega geil. Nice. Ich habe noch einen Ananas-Express für den, für den mit dem, für den hier. Oh, jetzt ins Auto? Oh, nein, daneben. Aber dann vielleicht auch bei dem, Pantero. Boah. Bin ich immer noch busy bei dir? Ja. Wenn du uns auch steigst. Okay. Vielleicht geht's auch erst, wenn die Mission wieder vorbei ist. Kann ja auch sein. Guck mal, da sind doch unsere Bikes. Da bist du. Das ist doch für uns beide. Das wäre halt perfekt. Das ist doch für uns beide vorbereitet. Immer noch nicht. Na gut, na gut, fertig. Naja, kein Stress. Das ist doch eh die schönere Alufrau. Ich bin eine schönere Alufrau. Das höre ich als Frau sehr gerne. Aber ich muss auch meine Hüftlichkeit sprechen lassen. Du bist auch eine sehr schöne Dame, Berti. Wie mache ich denn so einen Backflip? Das ist auch so geil, dass einfach der Arbeitsauftrag ist. Fahr wie der Teufel. Das ist doch eigentlich tatsächlich genau unser Game, Berti. Ich kann dich auf den anderen Seite des Brugs. Boah, mitten durch den Friedhof. Ja, Mann, weil die sind schon tot. Das ist scheißegal. Ja, Mann, WarRide. Hast du gesehen? Alter, was geht mit dir da? Juuuuh. Alter, die haben sich ja... Alter, was geht? Wow. Das ist ja wohl nur... Ach, du Scheiße. Das ist ja wohl nur Killer. So, komme ich jetzt vielleicht rein? Mal gucken. Vielleicht danach. Ja, vielleicht danach. Aber es ist jetzt schon sehr gut. Yeah, Baby. Äh, was? Nein. Das hat sie geschockt. Schmerzensschreie. Und wieder passend Nasenblücken. Hä, einfach ballern. Nee, jetzt kommt ja die Gang. Jetzt kommt die geile Gang. Gang, Gang. Die regeln das schon. Alter. Okay, es ist doch... Ja, jetzt ist Alu. Ha. Alles klar. Geil. Das war nur Hammer. Okay. Wie es halt einfach purer Crack ist. Das... Okay. Alu-Girl mit Nasenbluten. Freut's. Let's go. Und die Polizisten denken sich, what? Das haben die echt einfach nur wegen der Miete gemacht. Das haben die nur wegen der Miete gemacht. So ein Hustle, ey. Ey, da kann man aber mal sagen, in Deutschland lebt sich's okay. Santo Ileso. Die Miete verdienen. So, das müsst ihr doch jetzt, wenn das durch ist. Hoffe ich, dass du reinkommen kannst. Sonst mache ich ja irgendwann noch eine Anfrage. Ja, genau. Aber es wird auf jeden Fall Sinn. Yeah, wir haben eine Wohnung. Yeah, Nebengeschäfte. Ja, aber eine gesuchte App. Mm, die gesuchte App. Was braucht's noch? Was braucht's noch? Das ist die Frage. Was braucht's noch? Viele Apps jetzt. So, jetzt kommen doch rein. Oder, warte mal, geh mal ins Menü. Musst du das irgendwie annehmen? Also, Korb hat... Ja, sonst schmeiß ich einfach mal raus. Ja, okay. Okay, und dann komm ich nochmal rein. Ja, mach du mal mit deinem Freund spielen? Ja. Akzeptieren, oder? Der Hauptmann ist gerade beschäftigt. Bei mir bist du die ganze Zeit beschäftigt. Ich bin auch gar nicht beschäftigt. Ich bin... Wer hat's doch gerade? Okay, das ist echt weird. Oder bin ich immer noch... Ja, vielleicht bin ich tatsächlich... Ich bin tatsächlich noch beschäftigt. Ich verstehe. Yeah. Money. Aber jetzt vielleicht? Anruf beendet. Wenn die... Ah, jetzt! Kommst du rein? Äh... Ich muss... Muss ich spielen... Du trittst einen neuen Spiel. Möchtest du einen bestehenden? Äh... Nee. Kannst du einfach so beigetreten, oder? Wahrscheinlich damit mein Charakter... Ja, okay. Guck mal rein. Check mir das mal aus! Bin ich jetzt bei dir? Aber wenn ja, wäre auch nicht viel passiert. Also... Ja, Baby! Du bist jetzt im Spiel drin. Ja. Wo bist du denn? Ich frage... Ja, das... Wirst du mir auf der Karte angezeigt? Warte mal. Äh... Wie komme ich zur Karte? Schließe die Rasselung ab und drücke 10 einmal ein Spiel, einen Streich zu spielen. Alter, ich kann ja einen Streich spielen. Guck mir auf. Was? Was? Warum sollen wir uns denn... Fahre in den Gegenverkehr. Warte mal, warte mal. Wir sind doch eigentlich in der Nähe, oder? Ja, muss ja. Äh... Doch, klar. Du bist hier. Ich seh dich. Äh... 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 Was? Du willst doch wieder über Kicks, ne? Guck mal, ich spiel Gitarre. Guck mal, dass ich mich so freue. Wie machst du das im Maut? Mit C. Oh, komm, komm, ich mach jetzt schon... Oh, yeah. Guck mal, wie ich einfach geil ab... Ich geil abrockne, weil du ja damals fand. Ja, Mann. Alter, das warst du mit... Komm mal, komm mal hier. Komm mal, komm mal hier. Komm mal, komm mal hier. Alter. Das geht gar nicht. Doch, doch. Und jetzt spiel ich vor... So. Ihr hier spiel ich Gitarre. Guck mal, warte. Hallo? Ja. Hallo? Das wollen wir sehen. Ja, aber noch ein Schnappschuss. Ja. Oh, ja, Baby. Nice. Schön, dass du wieder da bist, Bart. Hier ist ein Polizist. Ja, Mann. Hier. Ach, friss deine Donuts doch woanders. Dauert mir zu lang. Hier. Stoßkill. Das gab schon Gewehrmunitionen. So kann es weitergehen. So. Kann man hier echt das Geile aufnehmen? Plumbing. Hier ein Plumbus. Plumbus. In der Garage ist irgendwas in der Garage? Gold Nitro Burn Durchgänge. Boah, diese Dreckskarre. Kommst du jetzt auch rein? Oder nimmst du eine eigene Karre? Bist du drin? Fährst du? Ach komm, ich komme bei dir rein. Ich finde dein Auto cooler. Ja, ist Plumbing. Cleanup Services. Wo fahren wir denn, Krogi? Wir fahren jetzt einmal im Map gucken. Karte. Boah, das war ein geiler Kurs. Und zwar fahren wir, was ist, sind das aufgegangen? Ja, Modegeschäft. Ich habe sehr viele Modegeschäfte. Wie kommt man überhaupt auf die Karte? Bei mir ist es Tab gewesen. Modegeschäft. Photoshop-Suche. Containern. Die Leute werfen alles Mögliche in diese Müllcontainer. Tauche tief hinein und schaue, was du schätze. Ja, wir gehen erst mal zum Container. Wir gehen jetzt erst mal in einen Container. Kann ich hier auch Container? Geil, das Container. Ach nee, ich kann hier Containern. Ganz um die Nähe. Kann ich schon Containern. Was ist hier los? Nebengeschäft. Kev-Freundin Silvia ist Kundenbetreuerin bei einer Marketingfirma. Sie braucht Hilfe bei einer Social Media Kampagne. Okay. Okay. Ja, komm. Ey. Social Media Kampagne. Oh Gott. Wieso hast du die randomne Waffe? Weiß nicht, aber vor uns liegt ein Toter. Doch nicht. Aber, aber, warte. Warte kurz. Fast. Ja. Ist ja jetzt. Geil, wenn die Motorhaube abgeht, ey. Ich glaube jetzt. Alter, was ist hier los? Flumbus. Flumbing meine ich. Ich fahre weiter. Ich fahre weiter. Oh Gott, was ist hier? Wir haben ja Hydrant wieder. Das ist auch nur Hydrant. Das ist ja nur funny. Ist das ein Hydrant? Ja. Ne, das ist einfach irgendwas mit Strom. Aber das ist ein Hydrant. Ja, hier. Pass auf. Pass auf, vor den Polizisten. Dann weißt du nicht, was los ist. Yes. Wir sind die coolsten. Ja, toll. Ist doch keine Munition mehr. Ja, toll. Alter, der Baum. Der Baum. Alter, was geht denn hier bitte? Boah, dann mache ich Spins. Hä, warum geht denn hier so viel geil ab? Gott, ey. Wir sind das Schlimmste, was diese Stadt je gesehen hat. Nein. Ach, diese schöne Allee-Krogi. Du hast sie einfach niedergerissen. Guck mal, du brauchst Munition. Den kriegst du jetzt. Warte. Was? Wo ist Munition? Da, vor dir. Der Typ da hat die. Der da. Achso. Siehst du den? Ja, Mann. Genau der. Der hat die Munition für dich. Ja, sehr gut. Ob ich verdeckte. Geil. Loopy. Ah, der hat nur... Egal. Egal, weiter geht's. Leid wieder ein. Es läuft doch alles wie geflasht. Alter, was geht hier mit dem... Was machen die ab? Was war's? Alter. Das ist richtig. Das ist alles so crazy. Wir sind nicht die Verrücktesten hier. Wir sind... Ich kann den ganzen Tag allein in so einem Hydranten spielen. Oder? Oh Gott, ey. Ich kann doch nicht durch... Ich kann nicht durchkompatieren. Oh, lass mal das Auto nehmen. Okay. Das ist geiler. So eine schöne, schnelle Karre. Okay, okay. Souveränes Ding. Souveränes Ding. Warte, warte, warte. Die krieg ich jetzt auch noch. Nee, du kriegst auch einen aufs Maul. Ich mach doch ein Radio an. Kannst du bitte wiederkommen? Ich hab ein schönes Radio-Sender ausgewählt. Aber ich glaub, es ist alles aus. Weil wir... Ah, was geht? Was? Was? Wirklich? Junge. Oh Gott, ey. Das ist ja nur crazy. Hä? Wie crazy ist das alles, bitte? Junge, das Spiel ist komplett auf Crack. Das ist ja alles viel... Warte mal. Was ist das für eine geile... Kunstinstallation? Siehst du das? Das ist eine... Was ist das? Eine Raupe. Eine Raupe aus Reifen. Siehst du das? Alter, geil. Das ist eine geile Idee. Wieso machen wir sowas nicht in unserem Garten? Weiß nicht. Kannst du den... Bitte... Ich glaub, es ist so ein Gang... Ich steig jetzt aus, Alter. Gang, du. Geh mir richtig auf den Sack. So, jetzt halt mal die Fresse hier. Hä? Das ist richtig. So. Hast du den Geld? Hat den Shotgun, oder? Hast du Geld genommen? Ja. Und das ist dein Dank dafür. Ich hab das Geld genommen jetzt. Yeah. Wie du eins... Ey! Ey, Crackman! Oh, jetzt will die Gang stress. Yo, ihr kriegt halt auch euer Fettdreck. Wir haben den von der Seite. Das ist so, Tid. Dann lass es euch auch aus dem Gangauto fahren. Junge, wovon werd ich hier jetzt nicht wegstoßen? Wovon werd ich weggestoßen? In der Ultimative... So, ich will die Gangkarre jetzt. Ja, Mann. Da ist ein Chicken drauf, ne? Oder nee, ist ein Müt. Weiß nicht. Nee, war es nicht. Da liegt noch Geld. Hast du das Geld genommen? Nee. Äh, warte. Hast du es jetzt? Alter, was geht ab? Das Geld hast du immer noch nicht genommen. Warte, warte, warte. Krogi. Ich hab's Geld genommen. Hör auf, was du hast für ein verrückter Move. Aber ich hab wieder Pistolen-Munition, geil. So, jetzt wollen wir dir mal bei der Social-Media-Kampagne helfen. Ja. So. Ah! Kogu! Okay, was ist denn hier los, bitte? So, hä? Wie verrückt darf ein Spiel sein, ja? Du hast Hilfe bei Social-Media. Ja, ich komme. Ach, du machst schon. Das ist alles. Was ist der Job? Ever hier über dich? Der Review-App. Das ist der. Die sollen schlechte Rezensionen schreiben, wir sind doch Gangster. Ich hab das Beste mit was zu tun. Nein, nein. It's not the review I'm paying you for. It's what comes after. No. The targets on my list have some heavy hitters in your career. You leave anything lower than five scores, you come out swinging. The lower the review, the harder they hit. Now we're talking. Count me in. Und weg ist sie. Nehmen Job. Alter, ihr geht mir hier auf den Sack. Geht ja einfach nur ab hier. Begann der Schufe zwei. Geil. Hey, das ist doch genau das richtige Spiel für die Skill-Arena. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, Mann. Ist auch geil, wie die Cops fast immer fett sind. Was gibt's Besseres als die Spiel für die Skill-Arena? Warte mal, ich will mal auch hier Fähigkeiten machen. Ach, ich hab nicht die Stufe, oder was? Aber Krogi. Ja. Boah, jetzt schön im Polizeiauto. Ja, Mann. Yo, easy. Ich steig ein und steig wieder aus. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber warte mal, wo müssen wir jetzt hin für die Social-Media-Kampagne? Hast du das bei dir nicht stehen? Oder hast du es schon abgeschlossen? Äh, das ist das nur online machen müssen, quasi. Aufträge. Guckst du bei Aufträge? Ja. Okay, dann mach ich lang. Ein bisschen Quatsch, ne? Sonst kann ich auch bei Aufträgen gucken. Marshall greift einen Schmuggler-Konvoi an. Ja, komm, da gehen wir hin. Hauptstory. Hä? Ja. Ja. Handy klingelt. Wir sollen uns mit Gwen treffen. Alter, fliegt der Auto richtig hart. Junge, was wollt ihr denn hier? Alter, was hier alles abgeht. Ich raff gar nichts. Das ist nur krass. Andere Richtung. Oh! Diese Powerslides, ich liebe sie. Ja, die machen echt richtig Bock. Alter, guck mal. Ich will noch einen Powerslide machen. Bist du das? Du bist das. Hier, guck, Balla. Räche ihn. Räche ihn. Ja, ram den. Ram den. Ja, Mann. Boah. Boah, Junge. Junge, es ist einfach nur episch. Also ich will mal eine frischere Karre hier haben. Hä? Ich hab mir das nicht so episch vorgestellt, dieses Ganze. Rumfahren und töten. Hübs Stress. Zack. Easy. Hast du jemanden geil getötet? Ja, so halb. Wir wollen alle nur Stress? Kann ich im Wasser noch fahren? Ich bin außerdem in den Wasser gefallen. Das ist nämlich die geile Karre hier. Ey, Krugy, wo bist du? Ich bin im Wasser. Ich komme. Ich komme. Ich schwimme gerade. Ich laufe am Strand. Oh, hoin. Kommen Sie her. Da ist ein Boot. Da ist ein Boot. Berti, hier ist ein großes Boot. Guck mal, die haben so ein süßes Date am Strand. Berti! Komm zu mir. Ich hab ein Segelboot. Geil, Alter. Ich komme rum. Komm zu mir. Yeah. Ja. Wie das aussieht. Wie komme ich da rum? Bist du rauf? Ja. Alter, das ist ja nur geil. Wie komme ich aus dem Segelboot? Ah. Hier, wir haben andere Boote. Wir sind ein Aggro-Boot, okay? Mhm. Hier, kommt, Berti. Den rammen wir. Gib ihm alles. Mach ihn richtig fertig. Wir wollen das geile Boot. Ja, komm hier. Der denkt, der hätte irgendwas krass mit seinem Elektromotor. Nee. Obwohl wir unser Segel... Ist auch nicht am Start. Aber warum ist das Segel nicht hoch? Kann man das Ding hoch machen? Mit so einem Tanten. Aber egal, du chillst so schön. Ja, gut. Wieso kannst du denn mit deiner geilen AK rumballern dich nicht? Ja. Das ist eine Frechheit. Okay, Berti, wir gehen raus. Wir gehen hier raus. Ja, schon. Da gehen wir und dann fahren wir zu Gwen. Ja. Aber schön, dass wir noch mal kurz auf dem Wasser waren. Das war auch wirklich gegen den Stress, weißt du? Das war einfach gut. Du musst immer genügend Pausen einlegen im Job. Das ist wichtig. Profitipp. So, wie schnell es geht raus. Können wir ein bisschen hoch? Ja, ein bisschen kommen wir auch. Ja, bretterig rein, dass irgendjemand morgen einen Scheißtag hat, weil er das... Ja. Ja. Jo. Viel Spaß, dass du wieder ein Sohn hast. Viel Spaß. Ist nicht mein Problem. Nee. Ich kann nicht aussteigen. Warum kann ich nicht aussteigen? Ich kann nicht aussteigen. Du musst das Boot zerstören. Ich kann nicht aussteigen. Hä? Ja. Du musst das Boot zerstören. Ist unkaputtbar, oder? Ist das ein unkaputtbares... Ich kann aussteigen. Na, warte. Ey, vielleicht einmal nur drücken? Ja. Ah. So, jetzt brauchen wir eigentlich eine Karre hier. Das geht ja nur ab, ja. Die Welt ist absolut abgefahren. Ich raffe noch nicht so viel. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam gerade. Ja. Ah, schön die amerikanische Flagge da. Ja. Patriotismus. Klar. Da brauchen wir. Schon groß soll sie sein. So, dann wollen wir mal zu Gwen. Was will die Olle wieder von uns? Alter, ich meine MG halte ich einfach mit einer Hand raus. Easy. Warum siehst du das nicht? Also, wenn ich schieße, siehst du es dann? Ja. Wenn ich schieße, siehst du es. Eine Hand. Eine Hand. Dann krieg ich jetzt ein Double Slide hin. Guck mal hier so. What? Nein, das war schon kacke. Nein! Nein, was ist? Nein! Scheiße. Nein, auf dem Dach. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott. Steige ich aus. Kein Bock mehr drauf. Ey, nur weil wir jetzt nicht mal auf dem Dach sind. Nee, sag mal. Was soll denn das hier? Wir müssen doch zu Gwen. Ja, ich schicke hin. Also, ich bin im anderen Auto. Du bist da durchgefahren? Nö. Alter, das ist krass. Okay, ich komme. Boah, das Driften macht aber richtig gut. Oh mein Scheiß. Ja, weil das so unglaublich geil ist. Er ist einfach. Er ist einfach. Es geht gut von da an. So schön, jetzt noch den Motorradfahrer mitnehmen. Ich fahre mitten durch. Bist du auch mitten durchgefahren? Ja. Ja, klar. Dann kommt man auch schneller an, wenn man so mitten durchfährt. Viel schneller. Durch. Durch. Ich will den Truck nehmen. Sorry, ich muss den großen Truck nehmen. Das ist gelogen. Ich behalte natürlich. Okay. Oh, ah, okay. Weil ich da war, geht es schon direkt los. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Was will Gwen? Gwen ist Marshall. Ich bin der Teilfigur in der Karte, sie sind am besten. Quatsch. Zu bon auffällig. Geste Touriklamotten. Ja. So I can kill everyone and retrieve the stolen goods. So we know where they're going. Sure. And then I kill everyone and retrieve the stolen goods. No. Then you will report back to me. I will arrive with the team and you will go home and hit the showers before you have a chance to fuck it up. You think I can't do this. I think you like getting a paycheck. Follow the Convoy. Alles für die Miete, Berti. Ey, unfassbar, was für Scheiße ich für eine Mietenzahlung machen muss, ey. Ja, Indexmiete bestimmt. Weißt du? Jeden Tag wird's teurer. Inflationsangepasste Indexmiete. Alter, und der hat einen Monster Truck? Alter, ich will auch so ein Hemd. Vor allem Hemd. Hast du den Truck gesehen? Ich will auch so ein Hemd. Was ist da denn kaputt? Ich will seine Muskeln. Ich will den Monster Truck. Aber ey, ich glaube, dafür müsste ich 100 Kilo zunehmen. Scheiße auf die Muskeln, Monster Truck. Das ist es. Aber ich glaube, so einen Monster Truck kriegst du erst mit den Muskeln. Ja, das mag sein. Wer muss fahren, muss ich fahren? Nee, ich mach nix. Du fährst. Auch nix. Doch, du musst doch fahren. Fährst du nicht? Wir fahren jetzt einen Tesla. Ah ja. Fährt automatisch. Gut. Wahrscheinlich müssen wir jetzt schwimmen ballern. Boah, yo. Das sieht doch gut aus. Das sieht so Mad Max-mäßig aus. The Burning Man. Aber immer schön. Alter, wer fährt denn hier so kacke? So, jetzt geht's drauf. So, jetzt geht's ab. Oder? Geht's ab? Ich weiß nicht. Ah, ich glaube, du bist auf der anderen Seite. Yo. Du bist auf der linken Seite und ich bin auf der rechten Seite. Geil. Ah, jetzt raffe ich's. Yo. Das, wenn man so schlau ist, Fertig. So, jetzt, 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 jetzt. Wieso können wir nicht mit so einen geilen AKs schießen? Nein. Wir brauchen eine unpräzive Pistole. Schön. So, ich habe keine Sorge, dass der eine überlebt. Aber nein. Ich überlebe niemand. Alle auch auf dich. Wir werden doch wo einmal treffen. Auf dem Dach surfen. Auf dem Dach surfen. Boah, ja, Mann. Jetzt können wir, ja, jetzt können wir anderem. Alter, auf dem Dach surfen. Fahr doch näher ran. Ey, unsere Fahrer können gar nichts probieren. Oh, warte mal. Ja, man kann jetzt drauf springen. Ja, Mann. Irgendwie haben wir jetzt auch eine Schrotflinde, habe ich gesehen. Boah, ja, Mann. Ja, Schrotflinden sind einfach geil. Ah, nun dreckst die Munition alle. Ich bin direkt drin. Ich bin direkt drin. Alter, geil. Ja, Mann. Alter, wie alles explodiert. Ja, weil es realistisch ist. Wo ist das, wenn wir beide hier in so einen Kontroll übernehmen? Alter, alles brennt. Ich baller einfach auf den eigenen Boden. Hier liegt Geld vor mir. Nimm das. Hä? Ah. Kannst dich nehmen. Warum auch immer. Kann du ich das nehmen als Host? Doch, ich habe es genommen. Ah, ja. Dann ist für uns beide mal Geld da. Tja. Ich springe auf das Auto der Panteros. Okay. Hä? Ah, hier. Ja, Mann. Ja, bin drauf. Oh, Kriegsstress. Alter, ist gerade nochmal gut gegangen. Hast du gemerkt? Alter, ey. Okay, die Mission ist ja grandios. Warum brennt man ein Auto? Das ist ja alles grandios. Was ist das für ein Auto vor mir? Okay, anscheinend brennt unser Auto. Ich springe ein Auto nach vorne. Ich springe ein Auto nach vorne. Was, das geht? Ja, ein Auto nach vorne. Ah. Was? Was, das geht? Ja, das ist möglich. Warum brennt das jetzt direkt wieder? So, jetzt wieder drauf. Scheiß drauf. Gib mir dein Geld. Dafür bin ich da. So, drauf. Du rüber springen. Du musst das. Okay. Ich habe einen Schlagstock. Junge. Ich will doch nur das explodieren. Ich will eigentlich umlinkt hier so ein... Hier, wo ist er? Warte mal. Wo ist er? Hier, hier. Hä? Wieso kann ich meinen Special Move nicht machen? Ich mache jetzt meinen Special Move. Hier und dann... Ja, jetzt. Nee, der hier. Irgendwie geht das... Handgranate rein jetzt. Boah, Junge. Egal, ich kann... Da rauche ich dich einfach so. Weck mir die. Übertriebene Härte. Ich gehe wieder aufs Auto. Einfach. Ich gehe wieder aufs Auto. So, ein bisschen surfen jetzt wieder. Ja, Mann. Let's go. Wir sind einfach so hart. Wir sind so hart drauf. Alter, das ist einfach ein normaler Arbeitstag. Das ist einfach der geilste Konvoi. Ich liebe alles daran. Oh, Monster Truck Man ist hinter uns. Oh, eine Schleifdrohne. Während der Fahrt. Ein Schuss, perfekt. Trifft er direkt. Top, top. Ja, aber ist er gegen uns oder für? Und ich weiß es nicht. Boah, sieht nicht so aus. Nee, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Wir kämpfen gegen einen Monster Truck. Wir müssen auf Sergios Monster Truck schießen. Schieß auf Sergios Monster Truck. Ja, aber wo schießt man da hin? Der ist in Monster Truck. Schön auf dem Motor. Freitwärtsballern jetzt. Wie geil, dir da drauf liegt es auf der Haube? Ja, der ist schon am Dampfen. Der hält nicht mehr viel aus. Ja, weil ja ungefähr 400 Schuss abgekriegt hat. Der hat wieder ein Stückchen abgefallen. Schon wieder ein Stückchen mehr. Jetzt brennt schon der Motor. Der kann doch schon gar nichts mehr sehen, der Sergios. Der wird schon nichts mehr sehen können. Ich sag's dir, wie es ist. Aber er fährt weiter. Der kann nicht mehr gucken, wo er hinfährt. Wie das Ding auseinanderfällt. Alter, ich hätte auch gerne einen Monster Truck, der 800 Schüsse aushält. Ja, der brennt halt. Alter, das ist... Boah, dann ist er so dumm. Konnte halt nicht sehen. Na gut. Ich finde dich richtig geil. Alter, was kommt jetzt? Alter, das wird ja echt Mad Max-mäßig. Was geht denn jetzt? Junge. Nicht geil. Nicht richtig geil. Sag mal. Ich liege auch auf dem Rücken, du auf dem Bauch. Ist einfach herrlich. Ja, aber ich sonne mich auch. Ja, was geht denn jetzt hier in der Sonne? Was geht denn jetzt? Alter, was geht ab? Junge, ich sehe gar nichts mehr. Alter, hinter uns. Mad Max-Style. Bam. Bam. Wo sind die Biker? Wo sind die Biker? Wo sind die Merger? Hä, das ist ja wohl nur Killer. Okay, absoluter Quatsch, aber irgendwie auch geil gerade. Kooperativ. Wir fahren einfach durch den Sandsturm in die Sonne. Ich finde es aber echt geil, wie sie einfach nicht nice, was einfach von Mad Max kopiert haben. Ja, das ist die Hammer. Oh, jetzt muss ich wieder springen. Nächstes Auto. Ab zum nächsten. Ab zum nächsten. Ah, da oben erstmal die Geschützschirme, Fettmann. Nee, Letterschoss. Nee, warte. Oh, weiter zum nächsten. Zum nächsten. Weiter springen. Ja, Mann. So, und jetzt kriegen die richtig auf den Arsch. Jetzt kriegen die richtig auf den Arsch, Mann. Alter, es wird wieder gesprungen. Wahnsinn. Alter, ich muss nachladen. Der ist abgetrennt. Abgetrennt. Hammer. Hammermäßig. So, geht schon hoch? Es geht hoch. So, geil. Wir haben das jetzt zu Ende hier. Ja, Mann, wir. Diese dreckigen Penner, Alter. Hä, hier. Was willst du eigentlich? Nix. Hallo. Noch ein Problem? Ja. Da ist es. Hoch mit dir. Hoch. Alter, hier. Es geht so ab. Alter, können wir die Motorräder nehmen? Ah, schade. Nein. Ja, nicht. Kapern. Okay, jetzt geht's nach vorne. So. Wofür machen wir das eigentlich? Womit? Also, wofür? Ja, Miete. Miete. Alles für die Miete. Alles für die Miete. Alter, was für ein dummer Move. Einfach eine Kugel in den Kopf. Ja, dafür hat er aber seinen Kollegen umgebracht. Oh, oh. Alter, das haben wir auch schon mal irgendwo in einem Film gesehen, wo. Der Truck bleibt einfach hängen. Ey, das Spiel ist Film pur. Alter, Faustkampf. Alter, jetzt geht's ab. Alter, mit einem Motorrad noch. Mit zwei Motorräder noch. Gegner mit Schildsymbol gelten als zäh und sind stärker als üblich. Ein zäher Gegner ist immun gegen Niederwürfe, solange das Schildsymbol aktiv ist. Das ist alles? Okay. Alter, wir haben doch hier fette Waffen. So, willst du noch was? Ne? Ne? Der hat einfach Wolverine-Krallen. Was geht? Oh ja, Alter. Junge, was geht? Aua, was macht der mit meinem... Was macht der mit meinem Kopf? Jetzt. Jetzt, Alter, ja. Räche ihn. Ja, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Das war's? Ja, das war's. Die Panteros sind tot. Alle. Ja, aber er hatte natürlich auch schwere Arme, muss man sagen. Ja, er ist nicht tot. Siehst du das? Ach, Leute, ey. Er ist nicht tot. Er ist immer noch so... Geil, okay. Oh ja, das wird ein schöner Finisher. Jetzt schön reinkicken. Ja, Mann, ja. Jetzt schön Kopf auf... Truck auf den Kopf. Jetzt Kopf auf Truck. Kopf auf... Oh, geil. So, ist das jetzt russisches Gold noch? Ja, hoffentlich. Okay, okay, okay. Okay, okay. Geh, geh. Bitte nicht sauer sein. Warum? Hä, warum sollte sie auch... WG-Vereinbarung? Ja. Newbie! Get over here! Okay, das scheint irgendwas... ...wichtig Abgefahrenes zu sein. Gwen says you were responsible for retrieving the Hummingbird. Hat er gerade Catering aufgebaut? Versucht? Impressive work. Das ist ja das Mindeste nach so einem Job, ey. Oder habe ich mich verkumpelt? Ich weiß nicht. Schön so eine Haxe jetzt. Ich würde dich treffen. Das ist Dr. Antonio Espina. Er ist der Chefkurator für das Museum of Santo Aliso. Er hat sich freut. Der war auch im Intro zu sehen. Ah, ja. Stimmt. Nee, ist kein Catering. Das sind Artefakte. Das ist ein Artefaktor. Antonios Museum hat ein Kontrakt mit Marshall. Und er hat dich in charge of Security. What? Gwen hat mich auf deine Exzentrizität gefüllt. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Herr, es ist mein zweites Tag. Sie sind die Beste, die wir haben. Ja, es ist mein zweites Tag. Natürlich. Das haben wir. Das ist abgeschlossen. Wir haben es. Ihr Lieben. Wir haben ein bisschen in Saints Row reingezockt. Kooperativ. Und kooperativ. Das bockt. Ganz funny, oder? Das bockt, ey. Ohne Witz. Der Berti ist ein guter Kooperationspartner. Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön, Berti. Hammer. Danke dir, Krogi. Vielleicht seid ihr auch gute Kooperationspartner. Dann schreibt es doch in die Kommentare, wie gut ihr seid und wie schön ihr seid und wie ihr uns findet, oder? Und wie sexy die unsere Figuren fand. Das stimmt. Das meine ich eigentlich mit uns. Also Team Alubro. Aber schreibt auch, wie ihr uns privat so findet. Das ist auch ganz gut. Ja, ihr Lieben. Danke an die Regie. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Berti und Krogi zocken. Peace out. Ciao. 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 Vielen Dank.